Wie empfehlen sich die jüngeren Männer im Alter von 20 bis 50 Jahren einmal im Monat selbst abtasten, um nach etwaigen Veränderungen im Hoden zu suchen, Verhärtungen, Knotenbildungen, Vergrößerungen. Das wären so typische Frühzeichen eines Hodenkrebses. Und wenn der Patient so etwas entdeckt, oder ich sollte besser sagen, wenn der Mann so etwas entdeckt, dann sollte er fachärztlichen Rat suchen. Dann müsste der Urologe einmal mit Ultraschall nachschauen, ob da wirklich Veränderungen sind. Also einmal im Monat empfehlen wir, sollte jeder junge Mann das einmal tun. Der erste Schritt bei jeder Hodenkrebsbehandlung ist die Entfernung des erkrankten Hodens. Das ist eigentlich keine sehr große, keine schwierige Operation. Sie wird über einen Schnitt in der Leiste vorgenommen. Der Hoden wird dann aus dem Hodensack hervorgeholt und wird mitsamt dem Samenstrang, das sind die Verbindungsstrukturen in den Körper, entfernt. Das ist keine große Operation, der Eingriff selbst dauert vielleicht eine halbe Stunde. Wenn der Patient es wünscht, kann man ein Implantat aus Silikon in den Hodensack einführen. Das ist dann ähnlich wie bei den Brustimplantaten. Im Grunde genommen nur ein kosmetischer Platzhalter dort, aber vor allen Dingen jüngere Patienten wünschen das und das machen wir dann auch gerne. Funktionseinschränkungen entstehen eigentlich nicht durch den Verlust eines Hodens. Da hat die Natur es eigentlich gut eingerichtet. Wir haben zwei Hoden und einer reicht in aller Regel aus, um sozusagen die Sexualität des Mannes zu erhalten. Und auch was die Fortpflanzung anbetrifft, reicht meistens, aber nicht immer, einen Hoden auch völlig aus. Da kann ich Ihnen eine gute Nachricht geben. Wir können Hodenkrebs heute in über 90 Prozent aller Fälle behandeln. Die frühen Stadien, also wo noch keine Streuherde, noch keine Metastasen im Körper sind, die können wir fast in 100 Prozent aller Fälle heilen. Und selbst wenn schon ausgedehnte Streuherde, Metastasen im Bauchraum oder im Brustbereich vorhanden sind, auch dann können wir heute mit der Chemotherapie meistens noch eine Heilung erzielen.